Am 6. Oktober 1961 wurde Michelle Matinko in Iowa geboren. Die 18-jährige Michelle besuchte im Jahr 1979 die Highschool, in der sie in einem Frauenchor mitwirkte und Theaterstücke aufführte. Nach der Highschool hatte sie Pläne, die Iowa State Universität zu besuchen und dort einen Abschluss in Innenarchitektur zu machen. Am 19. Dezember 1979 besuchte Michelle ein Chorbankett in einem Hotel und hatte anschließend vor, in das Einkaufszentrum Westdale zu gehen. Dort wollte sie eine Jacke für ihre Mutter holen, die sie vorübergehend dort zurückgelegt hatte. Sie hatte 180 Dollar dabei. Als sie eine Teamkollegin fragte, ob sie mitkommen wolle, lehnte diese mit der Begründung ab, sie müsse noch Hausaufgaben nachholen. Mit dem Auto der Familie fuhr Michelle dann zum Einkaufszentrum, wo sie gegen 20 oder 21 Uhr zum letzten Mal vor einem Juweliergeschäft gesehen wurde. Als Michelle nachts um 2 Uhr immer noch nicht zu Hause war, wurde sie von ihrem Vater als vermisst gemeldet. Gegen 4 Uhr morgens wurde das Auto der Familie im nordöstlichen Teil des Parkplatzes des Einkaufszentrums gefunden. In dem Fahrzeug fand man auch Michelle, die auf der Beifahrerseite zusammengesunken lag und 29 Stichwunden in Gesicht, Hals und Oberkörper aufwies. An ihren Händen wies sie Abwehrverletzungen auf. Die Behörden kamen zu dem Schluss, dass Michelle im Inneren des Fahrzeugs ermordet wurde, da außerhalb des Fahrzeugs kein Blut nachgewiesen werden konnte. Nachdem kein Täter ermittelt werden konnte, fiel es dem Gerichtsmediziner auch noch schwer, die Tatwaffe zu identifizieren. Es war scharf, aber man ist noch nicht einmal sicher gewesen, ob es sich um ein Messer handelt. Es wurde angenommen, dass es sich bei dem Täter um einen Mann handelt. Man fand leider keine Fingerabdrücke. Michelle war vollständig bekleidet, es gab keine Anzeichen für einen Übergriff und aus ihrer Tasche wurde auch kein Geld entnommen. Nachdem sich die Polizei an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Hinweise und Informationen gewendet hatte, meldeten sich mehr als 200 Personen, die der Polizei verschiedene Informationen lieferten. Zahlreiche Personen wurden befragt und auch einige konnten durch ein Lügendetektortest entlastet werden. Einige Tage vor der Tat gab es einige Gerüchte, dass Michelle belästigende Telefonanrufe erhalten hatte, wobei die Behörde nicht bestätigen konnte, ob dies der Wahrheit entsprach oder nicht. Die Familienangehörigen von Michelle begannen, die Ex-Freunde von Michelle zu verdächtigen, aber DNA-Test konnten diese alle ausschließen. Fünf Monate später kam es auch zu einer Panne, als eine Frau am 20. Dezember 1979 auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums nach ihrer Tochter suchte, die gerade von der Arbeit im Einkaufszentrum kam und eine Autopanne hatte. Die Frau gab an, sie habe Michelles Auto und ein daneben geparktes Auto gesehen, wobei Michelles Autotür offen gestanden habe und sich ein Mann in der Vordertür befunden habe. Die Frau gab diese Information an die Tochter des Sicherheitsbeauftragten weiter, in der Hoffnung, dass die Informationen an die Behörden weitergegeben würden. Das geschah jedoch nicht. Einige Monate später rief diese selbe Frau bei der Polizei an, um nachzufragen, ob die Polizei den Vorfall überprüft habe, den sie beobachtet hatte. Die Polizei teilte ihr mit, dass sie nie über diese Information informiert wurde. Nach der Veröffentlichung eines Phantombildes des Mannes, den die Polizei für den Täter hielt, wurden zwei Zeugen unter Hypnose gesetzt. Diese zwei Zeugen, die unter Hypnose standen, beschrieben den Mann als einen Weißen, in den späten Teenagerjahren oder den frühen Zwanzigern, etwa 1,80 Meter groß, mit braunen Augen und lockigem Haar. Die Polizei hat ungefähr 30 Personen unter dem Einfluss von Hypnose befragt, wobei auch hellseher eingesetzt worden. Die Polizeibehörde bat im Verlauf der Ermittlungen um Hinweise und setzte eine Belohnung von 10.000 Dollar aus. Der Vater von Michelle verklagte das Einkaufszentrum mit der Begründung, dass das Einkaufszentrum in der Nacht, in der die Tat geschah, nicht angemessen für die Sicherheit gesorgt hatte. Laut den obersten Gerichtshof von Iowa gewann jedoch das Einkaufszentrum den Fall. Der Vater von Michelle verstarb im Jahr 95 und ihre Mutter im Jahr 98. Ganze 27 Jahre später, im Jahr 2006, erhielt die Polizei von Cedar Rapids einen Hinweis, der den Ermittlungen zu einem weiteren Durchbruch verhalf. Dieser Hinweis führte zwar zu nichts, aber bei der erneuten Durchsicht der Fallakten entdeckte ein Beamter an einem Kleidungsstück von Michelle etwas, von dem er glaubte, dass es Blut des Täters sei. Nach 27 Jahren konnten sie mit diesem Blut ein DNA-Teilprofil erstellen. Das Ergebnis wurde ins kombinierte DNA-Indexsystem eingegeben, aber keine Übereinstimmung wurde gefunden. Die DNA wurde mit einigen der ursprünglichen Verdächtigen abgeglichen, doch es gab immer noch keine Übereinstimmung. Über die Jahre wurden mehr als 60 der mehr als 80 potenziellen Verdächtigen entlastet. Mit derselben DNA wurden weitere elf Jahre später die in Virginia ansässigen und auf der Erstellung von DNA-Phenotypen spezialisierten Parabon Nanolabs von der Polizei beauftragt. Mithilfe der DNA kann Parabon den Phänotyp eines Menschen vorhersagen, einschließlich seiner körperlichen Merkmale und seiner Familienvergangenheit. Im Jahr 2017 erzeugte Parabon anhand der DNA aus dem Jahr 2006 ein Phantombild eines weißen Mannes mit blonden Haar und blauen Augen. Dieses Bild unterschied sich von der ursprünglichen durch Hypnose erstellten Skizze aus dem Jahr 1980. Um ihn von 79 bis 2070 älter erscheinen zu lassen, fügten sie einen zurückweichenden Haaransatz und Falten hinzu. Nach einer Pressekonferenz wurden die Fotos der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Beim ersten Auftauchen der Bilder erklärte ein ehemaliger Klassenkamerad von Michel, dass dieses Gesicht einem anderen Klassenkameraden ähnlich sehe. Allerdings wurde der Klassenkamerad bereits Jahre zuvor durch DNA-Test ausgeschlossen. Im Jahr 2018 gingen mehr als 100 neue Hinweise ein. Die DNA wurde 2018 in die öffentliche Genealogiedatenbank GEDmatch eingegeben. Diese wird von Menschen genutzt, um ihre Herkunft zu ermitteln und biologische Verwandte ausfindig zu machen. Eine entfernte Verwandte des Täters, Brandy Jennings, wurde dort über die DNA gefunden. Bei der Auswertung von GEDmatch wurde festgestellt, dass der Täter ein Cousin zweiten Grades ist. Es wurde ein Familienstammbaum erstellt, der die vier Ururgroßeltern Paare der Frau enthielt und es wurde festgestellt, dass der Mörder höchstwahrscheinlich ein Nachkomme eines dieser Paare war. Von zwei Zweigen des Stammbaums konnten sie DNA gewinnen, die sie eliminierten und sich auf die beiden anderen Zweige konzentrierten. Nach Gesprächen mit einem Familienmitglied aus dem dritten Zweig des Stammbaums wurde ein DNA-Test durchgeführt. Der ergab, dass diese Person der Cousin ersten Grades des Täters war. Drei in Manchester, Iowa aufgewachsene Brüder waren die einzigen, die noch auf der Liste der möglichen Verdächtigen standen. Alle drei Brüder wurden verhaftet und unter Beobachtung gestellt. Durch DNA-Test konnten zwei der Brüder ausgeschlossen werden. Am 29. Oktober 2018 weigerte sich Jerry Burns seine DNA zur Verfügung zu stellen. Dafür trank er einige Dosen Limonade, während er verhört wurde. Nach seiner Freilassung sammelte die Polizei die Dosen ein und überprüfte ihre DNA auf der Kleidung von Michelle, wobei die Ergebnisse eine Übereinstimmung ergaben. Zwei Monate später kam die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl zurück und besuchte am 19. Dezember 2018 diesen Jerry Burns in seinem Geschäft in Manchester, Iowa, um ihn zu befragen. Er wurde erneut gebeten, eine DNA-Probe abzugeben, was er jedoch wieder ablehnte. Allerdings musste er ihnen jetzt aufgrund des Durchsuchungsbefehls eine Probe zur Verfügung stellen. Bei der Befragung zeigte er wenig bis gar keine Emotion und sagte, dass er Michelle nicht kenne. Als man ihn fragte, ob er am 19. Dezember 1979 jemanden ermordet habe, sagte er immer wieder nur, testen Sie die DNA. Als man die DNA-Probe untersuchte, stimmte sie mit der am Tatort gefundenen Blutprobe überein. Dennoch zeigte Jerry Burns keine Regung, als ihm mitgeteilt wurde, dass er wegen eines Mordes verhaftet wurde. Exakt auf den Tag genau, 39 Jahre nach der Tat, wurde er am 19. Dezember 2018 in Gewahrsam genommen. Der Prozess begann am 12. Februar 2020. Nach Ansicht der Verteidigung waren die Beweismittel des Falles falsch aufbewahrt worden, da verschiedene Kleidungsstücke nicht in dieselbe Tasche hätten gelegt werden dürfen. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Kriminologen hinzugezogen, der feststellte, dass es zwar ungewöhnlich, aber nicht unüblich sei, Beweismaterial in einer Tasche zu lagern. Die Verteidigung behauptete, dass Jerry Burns zuvor das Einkaufszentrum besucht hatte und seine DNA auf diesem Weg auf Michelle übertragen worden sein könnte. Möglicherweise als Ergebnis einer Berührung von Michelle mit irgendetwas, das bereits zuvor von ihm berührt wurde. Ungeachtet der Tatsache, dass Jerry Burns kein Alibi für diese Nacht der Tat hatte. Jerry Burns leugnete, am Tatort gewesen zu sein und war nicht in der Lage zu erklären, wie seine DNA dort nachgewiesen werden konnte. Am 20. Februar 2020 kamen die Geschworenen nach dreistündigen Beratungen zu einem Urteil, das den 66-jährigen Jerry Burns des Mordes an Michelle Martinko schuldig befand. Zum Zeitpunkt der Tat war er 25 Jahre alt. Nach dem Recht des Bundesstaates Iowa muss jeder, der des Mordes ersten Grades für schuldig befunden wird, eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung verbüßen. Nachdem er des Mordes für schuldig befunden wurde, wuchsen die Verdächtigungen. Manche Menschen zweifeln daran, ob der Tod seiner Frau im Jahr 2008 wirklich durch Suizid erfolgte oder ob sie ermordet wurde. Außerdem verschwand seine Cousine am 19. Dezember 2013. Am Abend des 19. Dezember 1979 soll Michelle Jerry Burns mit einer Narbe zurückgelassen haben, nachdem sie um ihr Leben gekämpft hatte. Michelle war zweifelos eine Kämpferin und es ist wahrscheinlich, dass es keine DNA-Spuren des Täters gegeben hätte, wenn sie nicht so stark gekämpft hätte. Jerry Burns schweigt. Erst behauptete er, er habe den Mord nicht begangen und dann er habe den Mord aus seinem Kopf verdrängt. Die Angehörigen von Michelle werden nie den Grund für diese Tat begreifen. R D D Untertitelung des ZDF, 2020